Julius Caesar ist tot, brutal ermordet. Zwei Monate, nachdem er sich zum Herrscher auf Lebenszeit ernennen ließ. Er hinterlässt ein Reich, das sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckt. Oktavian, sein Adoptivsohn und Antonius, Cäsars rechte Hand, wollen den Tod des Diktators rächen. In der Schlacht bei Philippi besiegen sie dessen Mörder. Sie teilen das Reich unter sich auf. Oktavian fallen der westliche Mittelmeerraum und die Innenpolitik Roms zu. Antonius übernimmt den wohlhabenden Osten. Seine Vision, neue Territorien erobern. Taktischer Ausgangspunkt, Ägypten. Antonius bestellt Ägyptens Königin Cleopatra in den Mittelmeerhafen Tarsus. Er glaubt, sie habe mit Cäsars Mördern paktiert. Platz da! Platz da! Platz da! Doch die mächtigste Herrscherin des Ostens weigert sich, wie eine Angeklagte aufzutreten. Sie lädt Antonius ein, an Bord ihrer königlichen Galere zu speisen. Auf ihrem Territorium. Wir verdächtigen dich, Cassius und die Republikaner zu unterstützen. Du wirfst mir also vor, den Schmerz derjenigen, die Cäsar gerecht haben, nicht zu teilen? Cäsar war mein Geliebter. Warum ist die von dir versprochene militärische Unterstützung nie bei uns angelangt? Was ist die wahre Position Ägyptens? Und Cleopatras? Ich hatte das Kommando einer Armada übernommen, um euch zur Hilfe zu eilen. Doch ein furchtbarer Sturm zwang mich zur Umkehr. Ein Sturm also. Aber was ist mit den Legionen, die Cäsar in Ägypten stationiert hatte? Ich hörte, dass Cassius sie befähigte. Ich schickte sie zu deinem General. Aber er wurde von Cassius besiegt. Der setzte all diese Legionen für sich ein. Zweimal hat Cassius mich angegriffen, doch ich fürchtete ihn nicht. Trotz seiner großen Macht im Osten. Als ich das Meer zurückerobert hatte, war es zu spät. Du hattest bereits bei Philippi gesiegt und Cäsar gerecht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Antonius spürt, dass diese Begegnung sein Schicksal bestimmen wird. Er folgt Cleopatra nach Ägypten. In Alexandria beginnt Antonius ein neues Leben. An der Seite der ägyptischen Herrscherin. Cleopatra herrscht seit zehn Jahren über das größte Königreich des gesamten Ostens. Antonius ist einer der mächtigsten Männer des römischen Reichs. Das schillernde Paar gibt sich einem Leben voller Prunk und Vergnügen hin. Der griechische Schriftsteller Plutarch schreibt damals, Cleopatra denkt sich ständig neue Genüsse und Verlockungen aus und weicht Antonius Tag und Nacht nicht von der Seite. Ihre Leidenschaft lässt den politischen Alltag in weite Ferne rücken. Diese Liebe zwischen Antonius und Cleopatra sorgt für viele Diskussionen. Die antiken Geschichtsschreiber sind der Meinung, Cleopatra habe Antonius verhext und ihn zu ihrer Marionette gemacht. In ihrem ägyptischen Liebesnest verschwendet Antonius kaum noch einen Gedanken an Zuhause. Vor seiner Abreise hat er alle Besitztümer und sein Vermögen seiner Familie in Rom anvertraut. Doch dort sind Octavians Machtanspruch und Gier inzwischen gewachsen. Er versucht Antonius' Land und dessen Armee in seinen Besitz zu bringen. Nach einem Jahr in Alexandria ist Antonius alarmiert. Er will Rom zurückgewinnen. Mit einer Flotte von 200 Schiffen reist er zurück. Er will Octavians Pläne durchkreuzen. Antonius ist für seine militärischen Erfolge berühmt. Octavian hingegen gilt als geschickter Politiker. Er versucht, Konflikte zu vermeiden. Und macht Antonius ein Friedensangebot. Die Zusammenführung ihrer beider Familien. Octavian bietet Antonius die Hand seiner geliebten Schwester Octavia an. Antonius folgt der politischen Vernunft, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Die arrangierte Hochzeit macht zwei Männer zu Verwandten, die kurz davor standen, einander zu bekämpfen. Und sie stellt die alte Machtverteilung wieder her. Nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen kann die römische Bevölkerung aufatmen. Jedenfalls für einen Moment. Antonius nimmt Octavia zur Frau, obwohl er Kleopatra liebt. Beide Männer verbinden bald auch gemeinsame Pläne. Octavian soll im Westen des Reiches die Rebellion von Sextus Pompeius niederschlagen, der mit einer Piratenflotte die Getreideversorgung Italiens blockiert. Antonius will Cäsars letzten Feldzug vollenden und im Osten das Volk der Parter bekämpfen. Beide sichern sich gegenseitige Hilfe zu. Antonius stellt Octavian Schiffe zur Verfügung. Im Gegenzug soll er 20.000 Legionäre erhalten. Die Beziehung mit Octavia hält nur drei Jahre. Im Sommer 37 v. Chr. kehrt Antonius zu Kleopatra zurück. Das genussvolle Leben in Ägypten bringt Antonius jedoch in einen Konflikt. Er hat nun zwei völlig unterschiedliche Welten kennengelernt. Er muss sich entscheiden. Zwischen der westlichen und der östlichen Lebensweise, der römischen und der griechischen Kultur. Was Antonius zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, er wird seine Heimatstadt Rom nie mehr wiedersehen. Antonius fühlt sich als neuer Alexander, der Persien, also den Osten, besiegt hatte. Neben dem Handel mit Ägypten sieht er auch seine Liebesbeziehung zu Kleopatra als Argument, um die gesamten Völker des hellenistischen Ostens für sich zu gewinnen. In seiner Abwesenheit hat Kleopatra Zwillinge zur Welt gebracht. Alexander Helios und Kleopatra Selene. Gemeinsam gründet das Paar den sogenannten Club der unnachahmlichen Lebenskünstler. Der elitäre Kreis schwelgt in Luxus und Exzess. Antonius hat nach wie vor ein Ziel, die Parter zu bezwingen. Kleopatra unterstützt ihn mit Waffen, Soldaten und Gold. Antonius rechnet nicht mehr mit den 20.000 Mann, die Octavian ihm für längst gelieferte Schiffe versprochen hatte. Octavian hat neue Ziele. Es ist unsere Aufgabe, Rom vom Hunger zu befreien. Nur der Sieg kann Überfluss bringen. Zeigen wir dem Feind, dass es ihm teuer zu stehen kommt, wenn er sich der Macht Rums widersetzt. Octavian kämpft gegen Sextus Pompejus, der von Sizilien aus Widerstand leistet und mit seiner Piratenflotte Italien aushungert. Getreide ist knapp. Für die leeren Mägen der Römer. Soldaten! Vorwärts! Octavian will mit einem Sieg Antonius' militärische Erfolge in den Schatten stellen. Feldherr Markus Agrippa steht ihm zur Seite. Soldaten Roms! Matrosen! Wir sind bereit, Sextus und seiner Piratenflotte gegenüberzutreten. Seht, unsere mächtige Streitmacht! Der Feind unterschätzt uns. Er macht sich über unsere Seefahrerei lustig. Denn er weiß weder, wie gut wir auf diesen Kampf vorbereitet, noch wie scharf unsere Schwerter sind. Zum ewigen Ruhm Cäsars! Agrippa ist ein Kindheitsfreund von Octavian und dessen rechte Hand. Obwohl von bescheidener Herkunft, hat er militärisches Geschick und enormes Organisationstalent. Agrippa hat seit 38 vor Christus für Octavian eine Flotte aufgebaut. Und einen Hafen geschaffen, in dem er zwei Seen in Kampanien zusammenlegte. Auch ein Trainingslager für die Soldaten hat er errichtet. Hinzu kommt noch seine geniale Erfindung, die Wunderwaffe Harpax. Die Harpax ist ein mehr als zwei Meter langes Holzstück mit aufgesetzter eiserner Harpune. Sie wird durch Seile mit einem Katapult verbunden und auf feindliche Flotten abgeschaltet. So können die Schiffe geändert werden. Egal, wie geschickt der Gegner manövriert. Es kommt zum Kampf vor Sizilien. Agrippas Flotte besiegt Sextus Pompeius. Oktavian profitiert zweifach. Seine Macht im Westen ist wiederhergestellt. Die Kosten für Getreide sinken auf ein Drittel. Antonius hingegen ist für seinen Krieg gegen die Parter weniger gut gerüstet. Seine Soldaten haben gegen die Feinde kaum eine Chance. Er wird mehrfach geschlagen und verliert einen großen Teil seiner Armee. Einer der Gründe für sein Scheitern ist die Tatsache, dass die von Oktavian versprochenen Elite-Truppen niemals eingetroffen sind. Antonius' römische Ehefrau Oktavia will ihrem Mann helfen und wendet sich an ihren Bruder Oktavian. Der sammelt 2000 Legionäre und Oktavia begleitet sie persönlich nach Athen. Doch Antonius schickt seine Frau wütend zurück nach Rom. Ihm waren 20.000 Männer versprochen worden. Antonius siegte 34 v. Chr. ohne Unterstützung gegen den König von Armenien. Das hob sein Ansehen enorm. In Alexandria inszeniert Antonius eine Siegesfeier. Er macht seine und Kleopatras Kinder zu den Erben der Ostgebiete. Oktavian wütet. Er hätte seinen Triumph in Rom feiern müssen. Antonius ist kein Römer mehr. Er hat es gewagt, seiner Mätresse und ihren Kindern das preiszugeben, was eigentlich der Republik gehört. All das, obwohl ich diesem Mann von Anfang an entgegenkam. Ich habe ihm meine eigene Schwester zur Frau gegeben, einen Teil unseres Herrschaftsgebiets anvertraut und ihm meine Legionen zur Verfügung gestellt. Mein Wohlwollen und meine Freundschaft ihm gegenüber waren stark. Weder die Schmähung meiner Schwester, noch das Verlassen seiner Kinder, die er mit ihr gezeigt hat, noch die Bevorzugung der Ägypterin und die Schenkung dessen, was euch gehört, an ihre Kinder, haben ihn für mich zum Feind unseres Staates werden lassen. Kleopatra, die fremde Ägypterin, gilt aufgrund ihrer Taten ab sofort als Feindin des römischen Volkes. Antonius ist von dieser Frau verhext worden. Er ist als Sklave dieser Frau, weit davon entfernt, unsere Freundlichkeit und unser Mitgefühl zu schätzen. Er schreckt nicht einmal vor Krieg gegen uns und gegen das Vaterland zurück. Welche Wahl haben wir, ihn genauso wie Kleopatra zu bekämpfen? Mögen die Konsolen zusehen, dass der Staat keinen Schaden nehme? Das römische Volk eröffnet den Krieg gegen Ägypten. Octavian erhebt sich zum Verteidiger Roms. Sein Kampf gegen fremde Mächte ist in Wahrheit ein neuer Bürgerkrieg. Rom gegen Ägypten. Oder vielmehr Octavian gegen Antonius. Octavians Hetze gegen Antonius trägt Früchte in Rom. Das Volk hält einen Krieg inzwischen für unausweichlich. Falls Ägypten sich von Rom trennen sollte, ist Italiens Getreideversorgung erneut in Gefahr. Schlimmer als durch die Blockade von Sextus Pompeius. Octavians Vertrauen in die Schifffahrt ist seit dem Sieg über Sextus Pompeius gestärkt. So baut er seine Flotte aus. Sein Freund Agrippa entwickelt die Strategien zur Seeschlacht. Die Kriegsfinanzierung übernimmt ein weiterer Freund, Gaius Mäzenas. Die Nachricht von Octavians Kriegsvorbereitungen erreicht Antonius und Kleopatra. Wir müssen Ägypten vor Octavians Machtgier schützen. Der Krieg darf hier nicht stattfinden. Ohne Handeln gibt es keinen Erfolg. Wir sollten es wagen, das Herz des Reiches zu attackieren. Wir werden Rom angreifen. Antonius liebt Herausforderungen. Sollte sein Plan gelingen, wären er und Kleopatra die alleinigen Herrscher im Mittelmeerraum. Antonius und Kleopatra vereinen ihre Flotten zu einer gewaltigen Seestreitmacht. 500 Kriegs- und 300 Versorgungsschiffe mit 75.000 Legionären, 25.000 Hilfssoldaten, 12.000 Reitern und ausreichend Gold, um den Krieg zu finanzieren. Schwere Stürme machen jedoch den Angriffsplan zunichte. Antonius dirigiert die Schiffe in die Bucht von Actium. Dort soll seine Armee überwintern. Das Gewässer hat einen Hafen und ist über eine Meerenge mit der offenen See verbunden. Antonius lässt seine Armee ein Lager in der flachen Ebene im Süden der Meerenge errichten. Ein trostloses, sumpfiges und trinkwasserarmes Gebiet, über Land schwer erreichbar. Aber in unmittelbarer Nähe zum Hafen. Da er bereits Kampferfahrungen im Flachland hat, weiß er um Versorgungsengpässe. Er braucht die Stadt, um seine Truppen zu ernähren. Antonius hat eine weitaus größere Infanterie als sein Gegner. Ein Großteil der Verpflegung kommt über den Seeweg, vor allem von den Inseln Corfu und Mituni. Damals Korkyra und Metone. Das sichert das Überleben des gesamten Lagers. Sein Gegner Octavian wird informiert. Agrippa hat Metone eingenommen und König Bogut von Mauretanien besiegt. Antonius hat einen lebenswichtigen Zugang und einen seiner wichtigsten Verbündeten verloren. Die Götter sind auf unserer Seite. Es ist Zeit, zum Angriff überzugehen. Octavian eilt Agrippa zur Hilfe. Er segelt nördlich nach Panormos und Korkyra. Gemeinsam wollen sie dem Gegner in die Zange nehmen. Sein Freund Agrippa blockiert von Metone aus Antonius und Kleopatras Versorgungsschiffe. Bald fällt auch Patre, der grösste Hafen Griechenlands, gefolgt von Leukas. Antonius hatte alle seine Truppen gesammelt und in den Norden verlegt. Und plötzlich wurde er belagert. Das heißt, er war an Land und auf See, vom Feind umzingelt. Octavian errichtet sein Lager im Norden der Bucht auf einem Bergkamm. Von dort kann er feindliche Truppenbewegung beobachten. Antonius hingegen hält seine Stellung in Aktion. Je weiter der Sommer vorangeschritten ist, desto schlimmer war die Situation. Es war heiß. Das Wasser vor Ort war nicht trinkbar. Die Mücken fielen über sie her und bald grasierte Malaria im Lager. Die Versorgung wurde immer schwieriger. Agrippa konnte mit seinen Blockaden in Metone, Patre und Leukas jede Kommunikation kontrollieren. Und er fing die Versorgungsschiffe von Antonius aus dem östlichen Mittelmeerraum ab. Antonius' Lager war also nur über den Landweg durch die Berge Akarnaniens und Ätoliens erreichbar. Die Lebensmittelversorgung war damit auf das Nötigste beschränkt, denn der Weg war gefährlich. Die Moral sank. Die Soldaten waren durch Entbehrungen geschwächt. Viele von ihnen haben allmählich Sinn und Rechtmäßigkeit dieser Mission bezweifelt. General, wir haben eine Gruppe Männer gefasst, die zu Octavian überlaufen wollten. Noch mehr. Regio, Expedita! Genua, Fleckte! Im Krieg gibt es nur ein Urteil für Verräter. Immer mehr Soldaten desertieren. Auch Generäle und verbündete Fürsten aus dem Osten kündigen das Bündnis. Die Situation verschärft sich mit jedem Tag. Antonius muss handeln. Ein an Land ausgetragener Kampf in Makedonien wäre sicherer. Unsere Infanterie ist fraglos die bessere. Was wird aus der Flotte, wenn die Truppen sie nicht beschützen können? Sollen wir sie dem Feind überlassen? Ich muss nachdenken. Die Nacht wird Antworten bringen. Ich möchte den Kampf auf dem Meer führen, wo unsere Überlegenheit liegt. Und wo die immense Zahl an Schiffen uns den Vorteil sichert. Wie ihr wisst, hängt der Ausgang des Krieges von unserer Flotte ab. General, warum missachtest du diese Wunden und das Schwert? Warum setzt du unsere Hoffnungen in diese dürftigen Holzkähne? Seine Entscheidung zur Seeschlacht ist häufig infrage gestellt worden. Antonius glänzte an Land, doch der Kampf auf See zählte nicht zu seinen Stärken. Vor allem nicht gegen den nautischen Strategen Agrippa. Laut antiken Historikern sei der schlechte Einfluss Kleopatras schuld. Sie soll Antonius in der Nacht ihren Willen diktiert haben, um mit ihrer imposanten Flotte die Größe Ägyptens zu demonstrieren. Tatsächlich haben Antonius und Kleopatra den Plan gemeinsam geschmiedet. Sie wollten einen Großteil der Truppen an Bord nehmen und nur einige Garnisonen an Land lassen, um die strategischen Stützpunkte zu verteidigen. Sie wollten die Blockade durchbrechen und zurück nach Ägypten. Von dort sollte ein Landgefecht mit den sieben intakten Legionen aus Syrien und der Kyrenaika den Sieg bringen. Antonius und Kleopatra planen, Agrippas Flotte abzulenken, damit Kleopatra mit der Kriegskasse fliehen kann. Antonius will mit dem Rest der Flotte zu ihr stoßen. Gemeinsam wollen sie über Südgriechenland nach Alexandria. An Land zurückgelassene Streitkräfte sollen sich zu Fuß in die Heimat durchschlagen. Der Plan war nicht abwegig. Abzuwarten wäre, genau wie ein Rückzug, eine Niederlage gewesen. Viele wären desertiert. Die Seeschlacht war also die Lösung. Antonius verkleinert die Flotte. Nur der bewaffnete Teil soll in See stechen. 170 Kriegsschiffe und 60 ägyptische Galeren. Transportschiffe werden in Brand gesetzt. Die Kriegskasse bringen sie auf Kleopatras Galere in Sicherheit. Der Tag der Schlacht. Antonius und Kleopatra müssen sich für einige Zeit trennen. Nach 13 gemeinsamen Jahren ein kleiner Preis für ihren großen Traum. Ein gemeinsames, mächtiges Reich im Osten. Ihre Vision, den Mittelmeerraum für immer zu ändern und Octavian zu besiegen. Antonius schwört seine Truppen auf eine erbitterte Schlacht ein. Soldaten, ihr seid unzählige und der Kern der römischen Wehrkraft, die Blüte der Bundesgenossen. Jeder von euch kämpft auf seine Weise. Ihr seid gut trainiert, sodass ihr jeden in Angst versetzen könnt. Ihr wisst, dass Octavian von schwachem Gemüt ist. Er hat niemals einen bedeutenden Sieg davon getragen, weder an Land noch auf dem Wasser. Der Sieg gebührt demjenigen, der am besten vorbereitet ist. Antonius kommandiert drei Geschwader des rechten Flügels. Und kommt Agrippa, dem gefährlichsten seiner Gegner, am nächsten. Auf der linken Seite steht sein Verbündeter Gaius Sozius der Armada Octavians gegenüber. Königin Kleopatra hält sich mit ihren 60 Schiffen im Hintergrund. Doch Octavians Flotte ist zahlenmäßig überlegen. Sogenannte Quinkeremen oder Hepteren, die antiken Roderschiffe, waren schwimmende Bollwerke, ähnlich wie die an Land. Sie standen sich an der Frontlinie gegenüber, zum Klang der Trompeten. Ziel war, den Feind von der Seite anzugreifen und den Schiffskörper mithilfe des Ramspauns aufzubrechen und zu versenken. Oder den Feind zumindest zum Kentern zu bringen. Als beide Flotten aufeinandertreffen, herrscht Flaute. Stundenlang müssen die Kontrahenten tatenlos verharren. Erst gegen Mittag regt sich Wind. Antonius befiehlt dem linken, von Sozius kommandierten Flügel, sich zu bewegen. Die Ruderer legen sich in die Riemen, die hölzernen Kampfmaschinen nähern sich dem Feind. Octavians Flotte wird linker Hand von Sozius' Schiffen zurückgedrängt. Auch Agrippas Streitkräfte weichen zurück. Octavian beobachtet dies von der Anhöhe, sieht sein Geschwader umkehren. Antonius betrachtet das Manöver der Feinde als gutes Omen. Sogar Agrippa zieht sich zurück. Fürchtet er Antonius? Es kommt zu einer Fehlentscheidung. Entgegen der Flottenorder, eng zusammenzubleiben, verfolgt ein Kommandant von Antonius den fliehenden Agrippa. Doch plötzlich lässt Agrippa seine wendigeren Schiffe stoppen und in entgegengesetzte Richtung rudern. Der Flüchtende wird zum Angreifer. Eine raffinierte Attacke. Der Zusammenstoß beider Flotten ist unvermeidbar. Die Flotten sind unvermeidbar. Agrippa schlägt zurück. Agrippas Flucht ist eine Falle. Antonius und Kleopatra erkennen, jemand aus den eigenen Reihen hat ihren streng geheimen Angriffsplan an Octavian verraten. Ihre beiden Flotten haben nun keine Chance mehr. Die Seeschlacht bei Actium wird in die Geschichte eingehen. Aber Kleopatra bleibt gefasst. Sie verfolgt ihren ursprünglichen Plan weiter und durchbricht die Blockade. Als Kleopatra durch das Schlachtfeld steuert, bewundert Antonius ihren Mut. Der ägyptischen Königin gelingt der Durchbruch aufs offene Meer, während die Seeschlacht weiter tobt. Antonius hält sich dicht hinter ihr, gibt den Schiffen in seiner Reichweite den Befehl, ihm zu folgen. Octavian kann sie nicht aufhalten. Bei Jupiter, sie konnten fliehen. Die übrigen dürfen nicht entkommen. Mit Antonius und Kleopatra sind 120 Schiffe auf der Flucht. Octavians Triumph gerät in Gefahr. Er lässt seine Feinde nicht kampflos entkommen. In seiner Wut greift er zu einem letzten martialischen Mittel. Agrippa führt den Befehl aus. Bereiten wir der Sache ein Ende. Octavian befiehlt, die verbliebenen Schiffe des Gegners in Brand zu setzen. Auf diese Weise macht er keine Gefangenen. Das Resultat ist Vernichten. Vor Antonius' Augen spielt sich eine Tragödie ab. Seine Schiffe gehen in Flammen auf und sinken. Antonius gibt sie auf. 40 Schiffe sinken oder verbrennen. 12.000 Männer, Soldaten, Matrosen und Ruderer lassen in der Bucht von Actium ihr Leben. Octavian siegt. Acht Tage später ergeben sich auch Antonius' zurückgelassene Bodentruppen. Octavian steht vor den Pforten Alexandrias. Die Eroberung der Stadt ist unausweichlich. Aller Hoffnung auf Revanche beraubt, zieht sich Antonius' zurück. Cleopatra ahnt, dass sie als Kriegstrophäe Octavians Triumph in Rom schmücken soll. Der Menge präsentiert, verhöhnt und angekettet wie eine Sklavin. Daher lässt sie in Alexandria die Nachricht ihres Todes verbreiten, um dem Zorn ihres Volkes zu entgehen. Das Gerücht dringt auch zu Antonius. Überwältigt von Trauer, sieht er keinen anderen Weg mehr und tötet sich. Ohne Cleopatra erscheint das Leben für ihn nicht mehr lebenswert. Cleopatra kann sich nicht verzeihen, ihren Geliebten in den Tod getrieben zu haben. An Antonius' Grab spricht sie bewegende Abschiedsworte. Gib mich, dein Weib, nicht lebend preis. Lass nicht geschehen, dass man über uns triumphiert, sondern begrabe mich bei dir. Denn von den tausend Leiden, die ich litt, ist keines so groß und hart wie die kurze Zeit, die ich ohne dich gelebt habe. Auch Cleopatra begeht Selbstmord. Mit einer Giftmischung, die ihr den schnellen Tod bringt. Octavian lässt Cäsarion, den Sohn Julius Cäsars und Cleopatras, töten. Damit beseitigt er seinen letzten Rivalen. Antonius' und Cleopatras' Traum von einer großen griechischen Kultur im Osten stirbt mit ihnen. Der Mittelmeerraum wird auch dort römisch, wo er bei einem anderen Verlauf der Geschichte griechisch geprägt worden wäre. Der Adoptivsohn Julius Cäsars hat sein Ziel erreicht. Im Jahr 27 vor Christus wird Octavian zum ersten Kaiser namens Augustus. Er legt den Grundstein für das Römische Reich.